hallo und willkommen auf dem kanal die tesla kuh ist das die aus erfurt ich habe mein model 3 die mit lfp akku verkauft nach ungefähr einem jahr um mir meinen traum zu erfüllen tja aufmerksame zuschauer haben es schon in dem letzten video gesehen ich sitze schon in meinem neuen traumauto aber darum geht es nicht und zwar will ich euch erstmal das hat sich überschnitten ich habe das bekommen bevor ich den alten verkauft habe heute geht es um das alte auto noch einmal um die abgabe und ich möchte euch ein paar sachen mal zeigen zu dem model 3 mit lfp akku und zwar nach ungefähr knapp 40.000 kilometern interessiert den ein oder anderen sicherlich mal wie ist denn so die reichweite gewesen wie ist denn überhaupt die degradation des akkus ein ganz wichtiges thema und verschiedene andere statistische sachen das gehe ich mit euch gleich mal am pc durch gemeinsam da seht ihr dann auch mal wo ich überall so war mit dem auto und andere spannende sachen aus dem tesla locker der lockt hier alle daten mit und da kann man wunderbar auswerten und das finde ich nach 40.000 kilometern in einem jahr mal ganz spannend das zeige ich euch gleich dieses video wird gesponsert von shop for tesla nachhaltiges zubehör für deinen tesla mit dem code tesla crew bekommt ihr fünf prozent rabatt den link findet ihr in der beschreibung genau und dann möchte ich euch dann am ende des videos noch kurz zeigen wie ich mein auto verkauft habe und an wen vorweg gibt es ich habe da jetzt ich bekommt jetzt keine provision dafür oder so ich bin nur wirklich sehr zufrieden mit der abwicklung gewesen deswegen zeige ich euch das es gibt auch kein link dazu wie gesagt ich bekommt dafür nichts aber wenn man mit etwas zufrieden ist so halte ich das dann will ich euch das nicht vorenthalten und genau das kommt dann am ende des videos würde ich sagen fangen wir an gucken wir uns mal die ganzen daten an zu dem model 3 bevor wir jetzt noch mal zu den statistiken kommen vielleicht ein ganz kurzes fazit das model 3 mit dem heckmotor mit dem kleinsten akku mit dem lfp akku ist das beste auto gewesen was ich bisher hatte war wirklich hat mich überall zuverlässig hingebracht war spritzig genug hat wirklich wirklich spaß gemacht hat der mitfahrern gefallen es gab nur wenig kritikpunkte die verarbeitung war tadellos muss man wirklich sagen kritikpunkt höchstens vielleicht die federung das fahrwerk das war jetzt nicht optimal das ist jammern auf hohem niveau das ist jetzt nicht unfahrbar das ist sportlich knackig das fährt ums eck wie ein gokart da kann man nichts sagen könnte aber ab und zu wenn man gerade mit der familie unterwegs ist könnte es durchaus ein bisschen komfortabler sein das wäre so ein kritikpunkt gewesen ansonsten fällt mir nicht viel ein das ist doch vielleicht der kofferraum genau die die kofferraumklappe hinten dass die so klein war der kofferraum an sich war groß aber der zugang war klein ja und wo hat es uns alles zuverlässig hingebracht natürlich die wichtigste trip im letzten jahr war der nordkap trip verlinke ich euch unten gerne in der beschreibung guckt euch das gerne mal an mit dem christ zusammen mit meinem sohn zusammen hat mord scouti gemacht das war wirklich hat wirklich spaß gemacht mit dem auto dann war ich mit meiner tochter noch in kroatien im sommer das hat auch wunderbar geklappt sind wir auch unten dann durch bosnien herzegowina durchgefahren bis nach dupovnik das dazu habe ich jetzt kein video gemacht das war jetzt wirklich mal privat zum entspannen mal ohne kamera aber auch mal schön dann zu weihnachten halt noch mal mit meiner tochter zum nach lapland hoch wo wir die nordlichter gejagt haben leider nicht gefangen haben und schlittenhund gefahren sind also mit ja mit huskies in husky tour gemacht haben um da mal dann mit dem fahrzeug extremen bedingungen zu testen das ganze mit ganzjahresreifen was wunderbar geklappt hat auch das verlinke ich euch unten in den show notes wie man so schön sagt guckt euch das sehr gern an wenn ihr mal zeit habt und ja wie würde ich sagen dann kommen wir jetzt mal zu diesen ganzen statistischen fakten so was euch wahrscheinlich am meisten interessieren wird ist die degradation über die ersten 40.000 kilometer meines model 3 standard range mit dem lfp 60 kilowattstunden akku und jetzt haben wir hier mal über die gesamte laufzeit von beginn bis ende die maximal reichweite und zwar sieht man hier sehr schön als ich ihn bekommen habe hat er 439 kilometer dann habe ich das erst mal richtig voll geladen damit er dann weiß wo oben und wo unten ist also ihn quasi kalibriert dann war der spitzenwert den ich jemals hatte waren dann 440 kilometer wie man hier schön sieht und ja dann geht das natürlich am anfang erst mal bisschen bergab hier sind wir so bei 432 kilometer immer mal runter hier zum beispiel 425 dann mal wieder hoch ist das schwankt ich denke mal das hat verschiedene gründe auf jeden fall geht das immer mal wieder hoch hier sind wir wieder bei 429 hier sind wir ganz weit unten bei 424 kilometer und am ende der fast 40.000 kilometer war er dann hier bei 423 kilometer maximal reichweite das wäre dann wenn man das jetzt mal berechnet 3,86 prozent degradation das finde ich sehr okay zumal am anfang immer etwas mehr der die degradation des akkus vorliegt dann bleibt er ziemlich lange auf einer ebene bevor es dann am ende dann wieder fällt und dieses diese starke degradation hat er hier schon hinter sich und das ist doch denke ich mal ein ganz annehmbar wert wir können auch noch mal die monatsmittel reichweiten einblenden dagegen das ist noch mal ein bisschen sag ich mal glatt gezogen die linie hier sehen muss auch noch mal 438 im monatsmittel zu beginnen dann geht es hier immer weiter runter 432 430 426 dann haben wir hier mal 418 das war sicherlich im winter wir waren ja dann in lapland bei minus 27 grad und selbst danach hat er sich dann wieder gefangen halt im monatsmittel auf 422 kilometer ja ich denke mal das ist ganz beachtlich dass er sich da so gut geschlagen hat eingeblendet hier sieht man oben das letzte jahr also ich habe dann ja ungefähr ein jahr jetzt gehabt die die durchschnittliche maximale reichweite also jetzt die echte reichweite die von tesla locker errechnet wurde waren 317 kilometer das ist ein ganz vernünftiger wer da ist ja alles dabei von stadtfahrt pendelstrecke auf arbeit die sehr sparsam war bis über autobahnen die tests die hochgeschwindigkeitsfahrten eben wirklich alles zusammen und die durchschnitts der durchschnittsverbrauch nicht per display abgelesen sondern wirklich mit allen drum dran hier im tesla locker mit gelockt also der tatsächliche verbrauch waren summa summarum mit lapland minus 27 grad winterverbrauch mit vorheizen und allen pipapo 19,1 kilowattstunden pro 100 kilometer auf die gesamte 40.000 kilometer laufzeit das ist denke ich auch sehr okay zumal das der echte wäre das display angezeigt ist das natürlich noch niedriger die ja was haben wir hier durchschnittliche trip tage 0,8 und mein durchschnittlicher akkustand war 45,3 prozent interessant was man so alles hier ablesen kann genau schauen wir mal was wir noch so interessantes haben ja hier haben wir zum beispiel die firmware historie ist auch mal interessant und zwar die mindest dauer zwischen zwei updates waren hier zwei tage die maximal dauert dass ich auf ein neues update warten musste waren 48 tage und im durchschnitt lag die update häufigkeit bei 14 tagen dass alle 14 tage im schnitt habe ich neues update bekommen sehr interessant hier sehe ich die firma hier sehe ich die das datum der installation und wie lange ich gewartet habe hier habe ich 14 tage 35 tage sechs tage sieben tage also das ist schon einiges zusammengekommen begonnen mit der 2022.4.5.12 und am ende hatte ich dann die 2023.2.12 im februar beziehungsweise märz 2023 dann drauf ja das ist vielleicht auch noch interessant hier die ladehistorie da kann man dann sehen wie viel ich im durchschnitt kw geladen habe das ist natürlich alles überschuss laden von meiner pv anlage deswegen ist das so niedrig kann man sich ja mal sortieren nach der höchsten durchschnitts leistung das wäre hier zum beispiel 142 kilowatt durchschnitt leute durchschnitt das ist wahnsinn das ist wirklich wahnsinn das war sicherlich am v3 in selamelis müsste das gewesen sein das heißt ich habe am anfang sicherlich irgendwo sehr hoch geladen und dann geht das ja immer schön runter die ladeleistung und trotzdem war es im schnitt noch so hoch na also hier die anderen das ist dann schon so dass er so aus dem alltag eines roadtrips dass man so knapp unter 100 kw liegt mit dem standard range aber das ist schon wahnsinn so dann die maximalen kilowatt die ich geladen habe also die maximale ladeleistung werde ich auch mal kurz sortieren oh siehe da das wusste ich gar nicht dass ich schon mal 174 kw erreicht habe ich dachte immer 171 war das höchste das war hier sollte hier in rüden gewesen sein so hier habe ich noch mal eine lade statistik da sieht man pro supercharger wie viel ich da geladen habe zum beispiel mein lieblings supercharger weimar da habe ich 2000 kilowattstunden in diesem einen jahr reingeballert ja das ist auch ganz spannend mal zu sehen insgesamt waren es 7520 kilowattstunden sowohl zu hause an der wallbox ist auch unterwegs genau hier haben wir noch mal in eine interessante tabelle trip monatsstatistik da sieht man die anzahl der trips die ich hier gemacht habe kurz vor der abgabe monat märz 2023 war es noch einer wir wurden zwischenzeitlich mal 177 im juni 22 und 166 im mai das war unser nordkapro trip dann im juli 154 da war ich in kroatien nochmal und boston herzogowina du bist nach duprofnik runtergefahren dann ja hier noch september waren es auch noch mal 115 dann dezember 167 das war unser roadtrip nach lappland insgesamt in dem einen jahr 1331 trips die ich gefahren bin also fahrten und ja hier nochmal der verbrauch direkt vom fahren jetzt die strecke da fehlen ein paar kilometer wahrscheinlich weil ich nicht gleich am anfang direkt dran eingeloggt hatte in im tesla locker die fahrzeit auch mal spannend 552 stunden bin ich gefahren für die 38.000 kilometer hier ist noch mal eine statistik vampire drain also was ich jetzt im stand verbraucht habe durch standverluste sozusagen ich sage euch jetzt erstmal hier die zahl das sind insgesamt 75 euro was ich bezahlt habe nur im stand an verlusten aber da ist natürlich mit dabei vorheizen das haben wir natürlich in lappland intensiv genutzt und auch so im alltag nutze ich das sehr sehr gern dass ich das auto vorheize vor klimatisiere dass ich den wächter modus an habe das fließt natürlich alles mit rein aber nur mal um zu sehen in dem einen jahr an wächter modus vorheizen vor klimatisieren und sonstigen standverbräuchen sind das immerhin bei normalen ladekosten um die 75 euro bei mir gewesen bei mir ist jetzt die besonderheit dass ich kostenlos laden kann sowohl zu hause in der meistens zumindest weil ich meistens überschuss lade beziehungsweise dann eben auch im supercharger aber so wären jetzt die kosten wenn man das jetzt bezahlen müsste ja guckt euch das an 251 kilowattstunden verlust in anführungsstrichen für den komfort ne und ja auch noch mal eine interessante statistik der verbrauch ihr im monat märz 22 wo ich den bekommen habe lag der bei knapp über 20 kilowattstunden wie gesagt insgesamt der verbrauch moment jetzt habe ich sie getroffen insgesamt der verbrauch nicht der der angezeigt wird im auto sondern der tatsächliche verbrauch immer im hinterkopf behalten dennoch recht gut dann kam der frühling der verbrauch ging runter bis auf 15,4 so über den sommer bis zum herbst dann hier im oktober weiß ich was da das war hatte ich auch noch mal 17,5 auch noch mal richtig schön niedrig dann kam der winter dann kam lapland und da natürlich dann ganz klar bei der eiseskälte dort oben hatte ich dann auch wieder über 20 kilowattstunden pro 100 kilometer im mittel auch mal schön zu sehen so und hier noch mal meine degradations kurve das ist die rote im vergleich zur flotte zu allen anderen das ist ja keine ahnung warum meine hier so recht gut abschneidet und der schnitt soweit hier unten ist das kann ich euch leider nicht sagen was ich euch sagen kann dass ich diese knapp 40.000 kilometer tatsächlich gefahren bin das auto jetzt nie besonders geschont habe ich habe fast immer wenn es ging supercharger geladen also ich habe jetzt nicht darauf geachtet dass das verhältnis zwischen supercharger und wallbox stimmt also zwischen ac und dc laden sondern ich habe geladen wie ich es brauchte ich habe voll geladen wann ich wollte habe da nie auf irgendwas geachtet ich habe die motorleistung abgerufen weil ich sie gebraucht habe auch mal bei fünf prozent ich habe also von dahin also daher gehend nie geschont natürlich bin ich trotzdem schon mit dem auto umgegangen aber jetzt in bezug erfahren und in bezug auf laden gar nicht und ja das ist jetzt hier das ergebnis bin ja sehr zufrieden keine ahnung wir sind ja teilweise unter 400 kilometer das verstehe ich jetzt allerdings nicht ganz vielleicht kann mir das jemand von euch erklären in den kommentaren so eine gesamtübersicht wo ich mit dem auto überall war also wir sind natürlich hier unseren nordkap roadtrip gefahren über die lofoden bis zum nordkap zurück über finnland wo von jemi helsinki runter dann mit der fähre rüber nach stockholm dann waren wir natürlich auch ein bisschen in deutschland unterwegs und haben dann noch unseren sommerurlaub hier in kroatien verbracht ihr seht ihr überall die tesla supercharger also ihr seht also es war immer genügend es waren immer genügend supercharger auf dem weg da gab es gar keine probleme dann halt noch mal richtung lapland hoch zu weihnachten ins weihnachtsmannendorf genau das ist schon ein bisschen kilometer zusammenkommen knapp 40.000 halt in dem einen jahr das war schon interessant eine interessante erfahrung leider auch ein unfall dabei gewesen gut das hat man statistisch dann halt irgendwann mal wäre vielleicht auch vermeidbar gewesen kommt man nicht drumherum hier habe ich dann das auto resettet und da war das auto dann auf einmal hier drüben im werk paolo alto stand das dann auf einmal deswegen dieser grafik fehler nachdem ich das auto resettet habe dann ein meter fahren und dann ist er wieder an der richtigen stelle gewesen ja genau gut das soll es jetzt zu den ganzen statistiken gewesen sein ja und hier noch mal ganz kurz der anbieter an den ich mein model 3 am ende letzten endes verkauft habe ich habe dann ziemlich viel herum geschaut erst war ich der meinung ich fahre mein model 3 dann doch noch länger weil mein traum war ja eigentlich das model y standard range der kam dann tatsächlich ende 2022 auch auf den deutschen markt zu einem preis von über 53.000 euro war mir das deutlich zu teuer und da habe ich gedacht okay dann fährst du halt der model 3 noch länger dann kam auf einmal bewegung in die sache und im februar war es glaube ich wurde der preis dann das kann auch im januar noch gewesen sein da wurde der preis gesenkt um ganze 9000 euro und das model 3 model y standard range oder model y rwd gab es auf einmal für um die 45.000 euro minus die 4500 euro bafa prämie die es ja im moment noch gibt war dann auf einmal so um die 41.000 euro erhältlich ja da habe ich mir überlegt verkaufst du dein auto guckst du mal wir kaufen ein auto hat mir gar kein angebot gemacht nachdem ich da das versucht habe zu verkaufen die nächste variante wären dann vielleicht zur mobile de gewesen ein privater käufer das war mir alles zu unsicher das musste dann jetzt nun alles schnell gehen das musste zuverlässig sein noch ein paar andere anbieter angeschrieben die preise ist natürlich jetzt komplett im keller gerade im moment für model 3 und model y ankauf ja dann habe ich bei tesla angefragt das war ein absoluter witz ich nenne jetzt mal keine zahlen bewusst keine zahlen aber das was mir tesla geboten hat war ein absoluter witz da wäre natürlich der vorteil gewesen ich hätte das auto hingefahren das alte hätte den neuen mitgenommen das wäre natürlich super komfortabel bequem gewesen ja aber nicht zu dem preis da stand zwei vorne ja und dann hat mir der simon von ev remarketing geschrieben du pass auf ich biete dir 6000 euro mehr als tesla dir geboten hat und habe ich ihn her überlegt gut gewinnen habe ich da jetzt nicht mehr damit gemacht die zeiten sind einfach einmal vorbei aber ich wollte unbedingt dieses model y haben und für mich war es das wert weil man muss sich überlegen das auto war ein jahr alt das war gebraucht fast 40.000 kilometer ich war damit am nordcup in lapland in kroatien und überall warum darf das auto dann beim verkauf nicht weniger kosten das ist ja eigentlich normal dass das auto an wert verliert und dass man für das was man genutzt hat natürlich auch ein obolus bezahlt und am ende war es mir das dann wert wie gesagt das auto war auch noch ein unfall auto ich hatte einen unfall schaden das darf man nicht vergessen und da war der preis den er mir da geboten hat 6000 euro mehr als tesla war ein fairer preis die abwicklung ich habe da schon mal an den simon verkauft war wie gewohnt komplett seriös und das will ich euch mal ganz kurz noch mal zeigen wie das abläuft es ist nämlich jetzt richtig professionell und richtig digital die ganze geschichte wer jetzt wirklich auch vor hatte sein auto an tesla zu verkaufen den würde ich jetzt empfehlen schaut da noch mal nach und ansonsten verkauft da wo er den besten preis für euch bekommt aber nicht nur auf den preis achten guckt auch dass es seriöse sind dass er auch wirklich geld nicht verliert es gibt auch genügend pappenheimer da draußen mir ist da die sicherheit an erster stelle wichtig und der simon hat mir da auch im vorab das geld überwiesen bevor das auto abgeholt hat das war mir alles sehr angenehm dann schauen wir hier mal in den prozess rein verkaufen sie ihr auto oder verkaufen sie ihre flotte ich sage jetzt mal deutschland dann geht es weiter die automarke wählen so tesla ausgewählt dann das modell model 3 in meinem fall dann die variante das ist model 360 kilowattstunden akku 2022 die farbe noch dazu weiß der erwartete kilometer standen 39.000 das modelljahr war 2022 genau hat er schon die erstzulassung weiß ich es nicht genau ich gebe es einfach mal 17.3 2022 ein ich will euch nur zeigen so wie das jetzt wäre der wie das funktioniert privat besitzt jawohl und wann ist das auto abholbereit ich sage mal übermorgen so schäden in meinem fall natürlich schäden da muss ich natürlich sagen wie wo und was kratzer beulen keine ahnung was auch immer ihr habt und die muss dann natürlich dann auch da bilder später dazu hochladen dann kommentar schreibe ich rein schaden sowieso das und das und pipapo genau die 18 zoll folgen den autopilot standard habe ich nur in ansicht weiß keine anhängerkupplung kein enhanced autopilot und weiter geht's und jetzt geht's schon los sechs bilder rund um das auto kofferraum bild vordersitze bild rücksitze ein bild vom kilometer zähler ein bild vom lenkrad und display vom türgriff die seriennummer schiebedach gut gibt es nicht haben wir nicht die zieht er dann hier rein und dann geht es weiter ich weiß nicht ob wir jetzt weiter kommen ohne die fotos nicht ich brauche natürlich foto uploads das funktioniert das nicht so auf jeden fall ihr seht das ja schon intro auto infos die fotos dann kommt die kontaktinformation und fertig ist der lack so einfach und schön kann das kann auto verkaufen gehen also nicht nur der kauf ist einfach auch der verkauf kann einfach sein genau nur ein paar tage später war es dann soweit nachdem das geld rechtzeitig vor auf meinem konto war kam der transporter aus dänemark und wir konnten mein model 3 aufladen da geht er dahin der gute treuer bekleider für das eine jahr und ja also wirklich mehr als zufrieden gewesen mit dem auto ist auf jeden fall eine variante wenn man sein elektroauto kaufen möchte zu einem fairen preis und ja gut das soll es jetzt gewesen sein zu diesem video das kurze fazit zum model 3 wenn ihr da noch fragen habt schreibt es gerne in die kommentare wenn das jetzt wenn ich irgendwas wichtiges vergessen habe kann ich auch gerne mal kurz das video dazu machen denn wenn ihr da noch fragen offen habt zu dem model 3 ansonsten wenn ihr euer fahrzeug jetzt neu bekommen habt vergesst nicht die thg quote zu beantragen die steht euch zu die bekommt ihr jedes jahr über mein partner geld für e auto könnt ihr wählen zwischen einer risikoprämie und einer garantierten prämie ich weiß dass insgesamt die die prämien das ist gerade ziemlich am fallen ist also wartet vielleicht nicht allzu lang im moment gibt es noch 250 euro garantiert wie das nächste monat ist ich weiß es nicht ja das steht euch zu und ansonsten würde ich mich freuen wenn ihr mit dran bleibt am kanal wenn ihr den kanal abonniert das nächste video wird dann die abholung das model y sein und ja dann folgt natürlich ausgiebige tests da freue ich mich schon richtig drauf genau bleibt dran ich freue mich auf euch macht's gut euer steven ciao ciao